Diesmal ein richtig ernstes Thema, weil FreizeitGuru hat ja gesagt, große YouTuber, fickt euch, fickt euch aber richtig hart. Und dann haben wir halt gleich so ein Video, so ein Premium-Video gesehen von hier Peter Revin, ne? Und er hat halt gleich gesagt, uhu, uhu, Unlimited Users, Trash-Kanal. Was geht da? Was soll das? Trash-Kanal, was soll das heißen, Trash-Kanal? Sind die Lochis da, weißt du? Und die sagen dann direkt, Trash-Kanal. Ja, abonnieren, okay, okay, okay. Aber Trash-Kanal, ist doch kein scheiß Trash-Kanal hier. Das ist ernst. Verdammt nochmal. Und wenn hier doch mal irgendein großer YouTuber, irgendein Robin Osterafu ankommt und sagt, das ist ein scheiß Trash-Kanal, dann kann er aber mal mit dem Seilabband, kann er mal eins auf die Fresse kriegen, kann er mal. Ja, wirklich. Und wenn ich hier auf dem Pott sitze und mir eine Wurst nur so ein Stück rausguckt und ich dann ordentlich pressen muss, bis hier rauskommt, dann kriegt er mal auf die Fresse der Robin Osterafu oder die Lochis oder Peter Revin. Könnt ihr alle herkommen? Ist mir scheißegal. Kriegt alle eins auf die Fresse. Mach ernsthaft.